Stellen Sie sich vor, Sie sind ein sechsjähriger Junge am Strand. Können Sie das? Ja, ganz leicht. Beschreiben Sie Ihre Gefühle. Ich bin vergnügt. Ich laufe am Atlantik entlang, spüre den Wind, den nassen Sand zwischen den Zähnen. Fühlen Sie sich wirklich wie er? Ja, ich fühle mich wirklich wie er. Und sehen Sie ihn wirklich vor sich? Ich sagte, ich fühle mich wie er. Natürlich kann ich ihn auch sehen. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Naja, von außen. Ich meine als Erwachsener. Wie Sie heute sind. Ob Sie ihn sehen, mit seinen kurzen Haaren, mit seinem Gesichtchen. Ja. Und sind Sie böse auf ihn? Geben Sie ihm die Schuld, dass er Polio bekam? War es seine Schuld? Und er ist die Schuld. Amen.